Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play den Duke. So, im nächsten Level müssen wir die Super Sprungstiefel finden. Wait, what? Moment. 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 Hatten wir nicht schon die... Hatten wir nicht schon die... oder Winky komplett Fehler? Na toll. Gut. Also. Super. Weitere. Ich bin ja noch nicht. Weitere. Genau. Ich bin ja noch nicht. Das ist gut. Oh bueno. Oh nein. Genau. Oh na ja. Oh nein. also bei mir ist schon der nächste tag wieder weswegen ich jetzt ein bisschen verwirrt war dass wir hier kein dass wir noch so überhaupt nichts haben aber das level sagt mir hier nichts also das scheint zu stimmen auch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Duke, ich sehe, wo immer du auch hingehst und ich habe sehr viele Fallen hier aufgestellt, die deine Mission, die deine Mission beenden werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Speichern. Hinweis, gucke für die Zeittransportmaschine, also die Zeitmaschine, die dir helfen wird, das nächste Level zu lösen. Lös, löse. Lös, löse. Lös, löse. Ah, man braucht also einen blauen Schlüssel. Dann speichern wir uns um eins. Okay, man braucht zwei Schlüssel. Blau und grün. Wie frisch. Wie frisch. Das war's für heute. Ja, falsch rum, ich weiß. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Boah, haben wir sie jetzt alle. Schnell speichern. So, das Ding war irgendwo hier links, ne? So, das Ding war irgendwo. So, das stimmt aber irgendwo noch nicht. So, das ist die grüne. So, das ist die grüne. So, das ist die grüne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo war denn die blaue? Das war doch irgendwo links das Ding Wo war denn die blaue? Das war die blaue? Das war die blaue? Hier war nur die Zeitmaschine, wo ich den Schlüssel gekriegt habe Okay Na Hier Schnell speichern Die Roboterhand ist sehr gut versteckt Aber sie muss gefunden werden Ikit Ich bin sehr gut Und Ich bin sehr gut Ich bin sehr gut Ich bin sehr gut Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, dann haben wir schon mal die Platine Shit Okay, dann haben wir schon mal die Platine Ich warne dich Duke Es ist Zeit, dass ich dir meine Total krasse Kraft Also dass ich dir die total krasse Kraft von Dr. Proton zeige Ja, dann haben wir schon mal die Platine Nee, das ist nix, okay Ja, dann sind wir schon mal die Platine So, hier ist nix Okay, ich brauche die Roboterhand Okay Okay. Aua, ich muss irgendwie hier hin. Ach. Ne, die schießen nix. Was zur Hölle? Schnell mal speichern. Schnell mal speichern. Du hast dich soweit ganz gut geschlagen, um das hier zu überleben. Aber was vor dir liegt, wird dich herausfordern. Deswegen speichern wir uns eins. Was für eine widerliche Farbmischung. Sehr schön. Wir sind ja nur noch hintereinander. Oh. Scheiße. Ähm. Ähm. Okay. Ich muss dann nach rechts drücken. Ne. Nach links. Scheiße. Ach. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ähm... Da muss ich hin, um es aufzuschließen, aber... Hier. Nö. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, scheiße! Ging denn das hier lang? Ging denn das hier? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! No! Spannende Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh! 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 das war knifflig du bist dabei das ist level zu beschreiben denke daran zu speichern ja das machen wir allerdings erst im nächsten video bis gleich